Und noch kamen Tausende nur um die fünf Amerikaner zu sehen. Wir sind das erste Mal in Budapest und freuen uns an diesem Festival teilhaben zu dürfen. Viele Menschen und eine große Party. Wir haben eben mit unseren Freunden von Fun Factory gesprochen, die sind das dritte Mal hier. Wir haben uns dann von den ersten beiden Malen berichtet, da war hier sehr viel los. Aber diesmal sind noch mehr Fans hier, ungefähr 12.500 Menschen. Das ist unser erstes Mal. Natürlich stehen sie nicht das erste Mal auf der Bühne, aber noch immer haben sie großes Lampenfieber. Besonders bei so einem Festival wie hier in Budapest. Souverän präsentierten sie ihre neue Show, bei der die ganze Halle mitsang. Und ermalt wurde alles von einer eindrucksvollen Choreografie. Wer sie erarbeitet hat, sagt euch AJ selbst. Wir haben eine wunderbare Choreografin, Tina Robinson. Sie hat schon für Michael Jackson gearbeitet, für Richard Blood und viele andere. Du kannst sie sehen im neuen Video zu Get Down. Get Down heißt der neue Song, der schlags Maxi-Single erschienen ist. Das Video dazu wurde vor einigen Wochen in ihrer Heimatstadt Orlando in den Staaten gedreht. Die Idee zu diesem Song hatte Tony von Fun Factory und der ist ein guter Freund der für Backstreet Boys. Wie Brian schon sagte, treffen wir bei vielen Shows unsere Freunde von Fun Factory. Nach der Bravo Super Show kam Tony auf uns zu und sagte, dass er einen Song für uns geschrieben habe. Den haben wir uns dann im Hotel angehört, er gefiel uns und einen Monat später haben wir ihn in Zürich in der Schweiz aufgenommen. Und das ist unsere neue Single. Der neue Song ist wieder schneller und fetziger, mit Hip-Hop-Elementen versehen und wird in den nächsten Wochen ein besonderer Leckerwissen für alle Fans zu Hause sein. Exklusiv für euch Viva-Zuschauer werden sie diesen Song jetzt zum ersten Mal überhaupt a capella singen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das ist das erste Mal, dass wir das gesungen haben. Ja, das erste Mal a capella für euch auf Viva. Und viele liebe Grüße an jeden in Europa und speziell an unsere treuen Fans in Deutschland. Gleich kommt der dritte Teil vom Festival.